Die zurückgebliebene Schildkröte, das passt auch schön. Unser Squad Leader ist ein Maget-Mogu. Wir fahren mit dem Ding direkt ran. Das war ein Plan, der hat nicht funktioniert. Wir sind mit. Ich kann mal über uns. Mal die Gutes. Was ist denn los? Naja, im Hatzabang. Ja, wie gesagt. Wie gesagt, so Wochenende draufziehen ist ja nicht das Problem. sichern bitte, sichern bitte wenn die einer bei mir spawnen will, das wäre echt geil Sprengladung an Einsatzziel Alpha ist scharf Ach gut, Sicherungstrupp kommt, einmal frei Ich saß die ganze Zeit allein bei B, kein Feind, kein Freund, da wirst du irgendwann nervös wenn das Ding schon aufgemacht, dass es umgeht So Und Bumm Und Bumm Also, geht doch Bravo ist weg Ein Moment noch Ja, passt auf dich Das ist schon in Scherfuhr, war zum Sprich Nein Ah, jetzt ja, eine Insel Ich hatte einen Feind, nicht auf dem Gebiet Ich hab einen Feind, nicht auf dem Gebiet Ich hab einen Feind in den Gebiet Toll Ich war die ganze Zeit neben mir Du bist, ach ich kann dich eh nicht holen Na, Medic kommt zu dir? Aber nicht beeilt er sich? Ne Gut Das lief doch schon mal, uh hier ist ja noch was Hier ist noch Feind Es ist überall noch Feind hinter uns Ich merke Ich hab den Feindlichen Entspiel in den Oral-Oleitern Ich hab den Feindlichen Entspiel in den Oral-Oleitern Nun wär cool, hast du welche? Nun wär cool, hast du welche? Es war eine da Stopp Wo kommst denn her? Super, hinter Haubo Hinter, hinter den Weißen? Ja Ach, ja, schön Ja, klar Ja, mit dem Ding weißt du und dann ohne was zu sehen Hast du so gedacht, du Arsch So Da ist auch Munition hier, wenn ihr nichts mehr habt So Uh, das ist mir zu eng hier, das ist mir zu viele Dränge Ich hab den Feindpanzer Ich habe hier schon 3 mal getroffen Kommt jetzt einer runter? Der schon wieder die der Panzer haben die Jugend schießt doch mal auf den Dreckspanzer es ist unglaublich ich schieße die ganze Zeit halte ich diesen Panzer in Schach mit meiner Panzerfaust und der zieht sich wieder zurück und repariert sich wegen sie davon gekommen wie ich unseren Panzer völlig unbeeindruckt quer vor mir durchfahren er denkt doch nicht daran an sich nicht teilzunehmen für die das ist die Unschwein er hat ach du schade da hinten darf man nicht auch gehen Alter wieviel scheiß Minen da sitzt Das ist unglaublich Natürlich, das war's gerade Ich komme, vitale Turtle, um ein bisschen Atomziel Und wenn wir an der nächsten Deckung vorbeikommen, springe ich raus Oh, wie da oben Aber er hat ihn Weitdauer, du fährst nicht zu klar schreit Weiß nicht zusammen Töpfe Der Sprengsatz ist ein Einsatz für Bravo angebracht Oh, ich komme hier alle Oh, wir müssen hier auch Oh, die haben den M-Trick gesprengt und uns alle weggepumpt Oh, wieviel sind die man das? Geh hoch Ja, na also Meine Fresse Oh, wieviel sind die das? Meine Fresse Oh, wieviel sind die man das? Ja, mit den Dumsehau 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 Schick mir jetzt rüber, ich werde den ganz genagelt. Ich habe den feindlichen Panzer gesehen. Oh, da steht hier unten drin, der Panzer. Du hättest auch mit schießen machen können. Ich würde gerne auf den Dreckspanzer schießen, aber... Die sitzen da hinten. Ja, warte. Ich kriege keinen Winkel, ich komme nicht mal in den Panzer rein. Das sieht gut aus. Nein, da ist es, weil man zitiert war. Der Panzer hat... Wieso hat der Panzer noch 80 Hells, wenn der da unten schon die ganze Zeit beschossen wird? Hat ihn. Na, endlich. Hat mich zwar auch gekostet, aber soll's. Kürchen! So, wir müssen weiter. Alpha sagt unser Kollege. Versuchen wir doch mal unsere Glücke. Wenn jetzt natürlich unser M-Track nicht festgefahren wäre, könnte man den schön benutzen und damit über Fluss zu rufen, weil das Ding kann nämlich schwimmen. Die könnten den schön unterhalb der Brücke parken, von da Deckungsfeier geben und richtig einen Traum machen. Und wo denn? Ach, da kann man sein. Ich dachte, du Arsch. Ah, zwei hier. Einer mit M-G, einer mit R-B-G. Ja. Wir sitzen unten in der Premieränder. Panzer, ich begrüße Sie. Die Zaun ist auch noch. Hallo, da ist auch ein Loch in der Erde. Nein, das gibt es nicht. Die Drecksampel hat die Kugel . Ja, sie verfangen, die Dings wurde. Nichts von Regen, sondern Feindlich! Wir schützen. läße einen von hier! Beide haben wir uns. aved! Ah! Ich denke, der hat schon den Platz, das sah so aus. 99 Fahrt sich zustanden. Naja, wenigstens kommt er nicht vorwärts. Das hat mir auch blöd angestellt. BUMM hat's gemacht! Hast ne? Na klar. Also ihr habt irgendwie immer die wenigsten Probleme, Panzer in die Luft zu jagen. Ja, weil ich sie immer ablenke durch mein Sterben vor ihrer Nase. Ich bin immer so frei und spiel immer das Karnickel, weißt du? So, wo ist einfach? Da ist einfach. 73 Meter. Es ist, äh, nicht viel, aber in einer Rush-Gasse können 73 Meter alles sein, ja? Ich bin schon fast dran. Ich bin schon fast dran. Hinter mir! Läuft! Über uns? Ja, ich weiß nicht, wo wir drum gehen. Ein Aufklärer wär immer geil. Macht ja keiner noch mal. Oh! Jupp! Achtung! Wir kontrollieren jetzt die Farbe! Immer hinter hier! Oh! Oh! Alter, mit der Rex! es und so wie geht es so einfach wo ist der bravo ich stehe der Ok, das war ja fallend. Das hätte ich auch mal dran schreiben können. Ähm, ah, Sperrwind. Sind wir für den Dorn rund ewig abgestillt. Kennst du das noch? Das war Schlieb. Nee. So eins auch mal nicht. Was hast du? So eins auch mal nicht. Was haltet ihr denn? Ähm, wir wollen einen schönen Marsch probieren und so weiter. Mesterwelt. Ja, das hat ja irgendwie jeder Mesterwelt. Wir hatten Rosemarie, Grenadiermarsch quasi. Und das halt, das war mal ein besseres Jux. Und Fluch. Oh, von rechts. Hinter dir. Noch mal. Oh, fuck. Na ja. Schade. Jetzt noch ein, zwei Mann da gewesen und hätten was hier resten. Und dann wärs das schon geworden. Aber jetzt kämpfen sie ein bisschen härter, die Jungs. Ich zieh mal unseren Endjack nach vorne. Ah. Ich hab die Minen gefunden, die sie hier für mich da gelassen haben. Plötzlich von dir scheinen feindlicher Panzerheger zu sein. Ich hab die Minen gefunden. Zauber. ein 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 Oh, von der Seite kommen wir doch. Spät. Drücken wir doch mal rein in die Bude, hör. Oh, Jungs. Ich werde ja noch ganz gut gehen. Jetzt Granaten auf. Oh, ich habe meine Russia-Metal bekommen. Also hier haben wir einen, 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 einen für ganz viel M-Com-Sharp. Achtung! Beide Einsatzziele sind neutralisiert. Wir kontrollieren hier. Scheiße! Es sind sechs Mann weg da. Sind die? Hier rechts. Hier ist der Hilfe für dich! Ah, ganz, ganz scharf weg. Danke, Doc. Spassiver, Doc. Aber die Russen, äh, immer. In dem musischen Language heißt das. Spassiver, Doc, Doc. Kameraden gedruckt! Gartern. Was? Geil, 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 geil. Geil. Da geht. Nein, nein. Das ist dran. Nicht gut. Man wird da sein. Hallo, ihr seid 3 Medics, ihr dürft mich gerne aufstellen, jetzt renn ich wieder weg. Ich bin kein Medic. Ach da kommt Panzer. Panzer? Panzer. Genau der. Oh, da stehen ja 10. Also ich hab jetzt schon 3 mal getroffen, der muss jetzt langsam, wenn ich 1 bin der drauf schießt. 4 mal getroffen, ey. Muss aber immer tot sein der Typ. 5 mal getroffen, das war eindeutig mein Kill. Außer mir hat eben keiner auf den Panzer geschossen. 5 Raketen habe ich hier verpasst und dann ist er erst geknackt also. Das ist scheiß Maschinengewehr, auswacht! Wir hatten gerade 1, dass sich den Alka ausgeschaltet hat. Alles klar, dann ab auf Bravo. Oh, links. Oh, fack! SZ, also spielt jetzt hier Artkreis gegen Satz Gitter, ist ja auch nicht schlecht. oh schade, das hätte gut laufen können. Ich hab schon scharf gemacht und hab den vor mir schon quasi flankiert. Immer der, den man nicht sieht. Wir haben noch einen M-Track, den könnten wir mal mitziehen. Der Kollege. Wir sind alle tot. 250 Meter von dem Ding entfernt sich. Warum setze ich gleich auf Metro ab oder auf einer anderen Karte, weißt du? Ja. Das ist die ganze Karte noch vor dir. Ja. Das Problem ist, dass die uns ja auch entsprechend entgegenkommen können. Die können sich schön eintragen. Ach schon, Bewegung! Da ist ein feindlicher Panzerjäger. Ja. 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 Das ist ein feindlicher Panzer, südlich von dir. Ich habe einen feindlichen M&A-Schutz mit seiner Position gesichtet. Du bist raus aus dem Linken. Oh, jetzt ist es noch ein Stück gegeben. wir haben natürlich alle wir haben natürlich alle scheiße heute haben wir noch 26 Tickets zu schaffen das letzte Kiste sie brennt? Ne sie brannte wo wir von ganz rechts und dann nochmal am Wasser lang oder? Kontakt feindlicher MG Schütze südlich von dir was ist denn die gesagt? Bis wir da sind alle müssen nicht so gut Irgendwann haben wir uns besser geschlagen als die andere Truppe jetzt werden aufgereicht geil wieso kann ich da nicht durchschießen? es wird nicht mehr der Rest vom Team rückt nicht hier noch wir haben nur noch 8 Tickets ich hab da die meisten G-Schütze in eurem Gebiet gesichtet over dass die auf dieser Enke da oben überhaupt das Ding verteidigen können naja was solls so schlecht haben wir uns ja nicht geschlagen Okay. Jetzt habe ich 19 zu 20, ganz zum Schluss meine Cardena ruiniert, naja, was soll's. Aber, ein paar Rush Ribbons. Jetzt habe ich 20, ganz zum Schluss.